Das ist der 90-Ever-Kult. Ja. Da fährt es wieder rund um, die Blö... Die Blö... Die Blö... Ja, die Blö... Na, aber es ist mir wurscht, der geht um die... Na, da schossen. Ja, super, du hast mich abgeschossen. Geil. Da geht Mausi. Ja. Ja, die ist im Arsch, die Lobby. Na, so eine Scheiße. Feinde nähern sich, die Geisel absichern. Alter, grüßt das scheiße Bier. Super. Von wo? Ja. Na, wo ist das Z4? Ist das zu dabei? Was, die ganze Zeit können sie nix? Was ist denn das? Der macht schon wieder einen Teamkill, der Haft und Roll. Ich hab das ja gesagt, das ist ein Urn. Und jetzt killt er sich selber mit der Granaten. Das ist ein Depp. Ich hab das. Achso, jetzt macht er jetzt Chaos. Hey, jetzt krieg er Rausi. Alter. Alter. Alter, jetzt musst du ihn beeilen, sonst kriegt er die noch. Jetzt hängt er den auf. Alter, er hängt den auf, Alter. Der kriegt den noch. Der kriegt den noch. Alter. Alter. Ja. Ja. Was ist das? Hat der andere Schuld? Der Hugel hat Schuld, weil er nicht aufgemacht hat. Da waren wir schon längst draußen. Das ist ein absoluter Vollidiot, der eine. Der, wo die Schrode spielt. Das ist ein richtiges Arschlochverblitz. So, der kriegt jetzt einen Report, der Hugel für unsportsmanlike. Wir sind uns alluting. Sehr Ela. Da war sie. Ih, Herr seated. Ik這裡, ist ja, Alter. Haa, Alter. I хочу Zeit. Ja! Ich hab die... Ja, das ist nicht du, dass die beiden im Auto wechsern! Geil! Was scheißt du dich, Alter? Das ist eine He! Das mag ich aber nicht, wenn wir mal meine Sklaven wegstärben. Das mag ich überhaupt nicht. Ja! Das ist nicht gut! Jetzt ist eine He! Na... Nein, ich muss mir jetzt da so viel Ämmern, ich raste jetzt da aus. Jetzt mache ich 1.000 Ämmern schon gleich. Nein. Ich glaube, das nächste Woche muss ich jetzt dann Pause mit Pferde fahren. Ja. Breda, was ich jetzt Ämmern mache, Benno, das habe ich noch nicht gesehen. So viel Ämmern. Ist dir sicher, dass es nicht in den Ämmern geht? Gut, dass ich so viel Ämmern jetzt habe. Jetzt kann man so viel Ämmern machen. Weil dann brauche ich da die Anlage dann lange nicht mehr auffallen, weil das nervt mich, wenn ich da runtergehen muss und muss mir ein Ämmern holen. Weil dann laufen die Äfer der Schäder hin. Muss ich nur ein Brennst... ähm, ein Ding. Das... Wo fällt denn die Zeitlinge? Die kann nicht einmal eine gerade Linie fahren, was ist denn das? Nein. Nein. Und am Reifen wieder. Nein, bitte. Jetzt hast du es runter, glaube ich. Ich hoffe es. Erzähl da! Von Tee ist er! So eine Lücke drin ist er! Nein! Jetzt bist du genau da, wo ich gefallen habe, wo ich vorher runtergefallen bin. Genau dieser Wüste... Wo genau dieser Wüste... Das ist ja... Jetzt reißt es wieder um mit der blöde Kuh! Ui, nein. Wie viel versuche ich, dass das jetzt noch geht? Ich bin gespannt. Das wirst du dem so schaffen. Ich verzweifle da gleich jetzt an dem Dreck. Das gibt es ja gar nicht. Vor allem der ist ja normal einfacher wie der andere Parcours. Wieso schaffe ich das jetzt nicht? Was ist denn das? Bleibt es wieder hängen? Da muss ich jetzt ein wenig Gas geben, da hat er jetzt sagt er es im Schlitz, wenn sie wieder einfahrt. Endlich ist das ein Dreck gewesen, unglaublich. Nein, so ein Dreck. Furchtbar. Wahnsinn. Was sind die Furchtbar? Das ist ja... Das ist ja... Okay. So... Jetzt... Das ist ja... 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 So, ein schönes Polo wieder. Wirdschlau die einzigen mit dem Booster, gell? Ja, zwei wieder mit dem Booster, geil. Die anderen haben irgendeinen Scheiß rein da. Ruhe ihn halt auch. Ist der Mai mit dem One-Shot? Oh, Mai. Ich disconnect gleich. Mit so einem Mobfucker spülen nicht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Alhamdulillalaa Ich muss mir direkt etwas zum trinken nachholen, weil ich pack's gleich nicht mehr Wieso geht jetzt so ein Spinteil, das Arschloch? Ach, wos wer Hinter uns ist an ein Spinteil gegangen Züge nicht Oh ja Ist das ein Tipp? Ey, Alter! Cyberpunk, da war's, was das heißt Guck Es ist wirklich unglaublich Soll ich mir auch beide noch disconnecten? Dann hat er 0 Ja, das kann man Kommt drauf an, wer es ist War ja beim Buster drinnen Ja, aber jetzt können wir es eh vergessen Ach so, ja, da kann man disconnecten Ah ja Wieder ein Buster verschwendet für nichts Ja, so ist das